Hallo Leute, mein Name ist Janus von der OSE100 und ich möchte euch heute in einem kleinen Tutorial zeigen, wie man ganz simpel eine Item Sortiermaschine baut und diese ist natürlich overflow protected, das heißt die Maschine kann sich nicht selber sozusagen zerstören, wenn zu viele Items einer Art da sind. Und um euch einmal zu zeigen, wie so eine Maschine aussehen kann, sind wir hier jetzt in unserer Multiplayer Welt, wie gesagt ihr seht ein zweiter Spieler ist hier gerade drauf online, das ganze läuft auf dem normalen Server, das heißt dass das ganze auch sicher für den Multiplayer ist. Wie ihr seht, die overflow protection besteht darin, dass man nicht nur eine Kiste mit einem Item haben kann, sondern auch noch eine zweite Kiste, die automatisch befüllt wird, sobald die erste Kiste voll ist. Das haben wir jetzt ganze hier fünfmal gemacht, da wir hier oben eine automatische Eisenfarm haben und das hier ist unser Lagersystem. Vollautomatisch sind nur die Kisten hier unten und wie die ganze Technik aussieht, sehen wir hier vorne. Ich mache mal kurz das hier halbwegs weg, damit wir einen besseren Einblick auf die Technik haben und vom Schlankheitsgrad oder von der Breite des Ganzen sieht das so aus, dass das Ganze ungefähr die Maße fünfmal fünf braucht, bloß nochmal die jeweiligen Kisten, die ihr ansteuern wollt und so sieht das Ganze aus. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal hier und das genaue Tutorial, wie das Ganze gebaut wird, folgt in ein paar Sekunden, sobald wir in meiner Testwelt sind. Wir nehmen jetzt hier mal 60 Eisen, tun die hier in das System rein, hier haben wir jetzt eine Einfüllkiste gemacht, die die Item sozusagen hier in unseren Kanal leitet und diese füllt ihr dann in das System ein. Und wie ihr seht, blinkt dieses Teil hier hinten nicht auf, sondern die zweite Kiste und das heißt, die erste Kiste wird sozusagen übersprungen und hier werden dann die Items gleich wieder schön reingetan. Das Ganze geht, dauert ein bisschen, ist halt nicht unendlich schnell, da die Hopper halt nur ein Item pro Sekunde reintun können und wie ihr seht, sind auch 16 Iron Ingets da, das heißt, dass kein Item im System irgendwo verloren gegangen ist. So, hier drinnen kann ich euch das Ganze schon mal zeigen und zwar haben wir hier insgesamt 21 bzw. 22 Items drin, also 21 in diesem Fall für mich sind das 21 Schienen, hier 21 Activator Worlds und ein Item, was wir aussortieren wollen. Warum das Ganze da ist, zeige ich euch gleich und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in meine Singleplayer Welt und da zeige ich euch, wie man das Ganze super einfach nachbaut. So, wir sind jetzt hier in einer unberührten Survival Welt, das Ganze ist natürlich jetzt hier im Flatland und ich habe mir gedacht, ich teile das Tutorial auf in zwei Parts. Der erste Part besteht darin, dass wir verschiedene Typen von Chests erstmal benutzen müssen und zwar gibt es einmal die Trap Chest und einmal die normale Chest und ich zeige euch das mal kurz, wie ihr gerade gesehen habt, konnte ich zwei Chests so nebeneinander platzieren, was im normalen Minecraft nicht geht, da die ja verhindern wollen, dass sich hier die Kisten verbinden. Wie man das Ganze beseitigen kann, ist ganz simpel, ihr nehmt jetzt hier eine Whetstone Chest oder auch Trap Chest genannt und ihr könnt die jetzt so sozusagen nebeneinander setzen und diese können sich nicht verbinden, da die als verschiedene Kisten im Spiel erkannt werden. Das nächste Wichtige ist, dass ihr den Mechanismus in eine Längsrichtung ausrichtet, das heißt, dass wir jeweils hier eine einzelne Kiste ansteuern und so sieht das von vorne meist so aus, als ob hier wie gesagt verschiedene, also eine einzelne Kiste ist, diese ist dann halt bloß groß sozusagen begehbar. So, im nächsten Schritt bilden wir jetzt in diesem Fall eine von zwei Seiten, die sich halt immer abwechseln und dazu nehme ich jetzt mal verschiedene Farben, damit ihr oder wir besser gesagt sehen können, welche verschiedenen Seiten es gibt. Ich bereite kurz nochmal hier einiges vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Kisten jetzt ein wenig nach oben bewegt, so dass das Ganze die richtige Höhe besitzt. Ihr braucht, wenn ihr die Kisten nachher aufstellt, ein wenig Platz nach unten, das könnt ihr aber am besten selber ausmessen. Das sind jetzt mal unsere Kisten, die wir je nachdem ansteuern wollen und wir gucken als erstes in die Richtung, in dem als erstes der Items Strom entlang geht, das heißt, wir wollen als erstes diese Kiste befüllen und dazu beginnen wir hiermit mit einem Hopper. Diesen müsst ihr mit Shift-Klick so setzen, dass ihr auf die Kiste hinzeigt. Das könnt ihr jetzt am Anfang schon theoretisch für jede Kiste machen, die ihr wollt und im nächsten Schritt fangen wir an mit den verschiedenen Blocks. So, das erste oder die erste Ebene sieht so aus, dass wir hier, hier, hier und jetzt dementsprechend noch ein hier unsere Blocks hinsetzen. So sieht das Ganze aus und jetzt bestücken wir die mit einer gewissen Technik und zwar brauchen wir als erstes einen Redstone Comparator, dann brauchen wir zwei normale Redstone, die hier entlang fließen, dann eine Redstone Torch und hier unten nehmen wir dann eine Half-Slap oder einen Half-Slap. Setzen wir den hier hin, ihr könnt auch einen anderen Block nehmen, das ist mir relativ egal, ich mache es jetzt nur beispielhaft hier so und hier vorne ein Repeater auf dem ersten Delay. So, damit das Ganze auch fertig gleich funktioniert, nehmen wir jetzt noch wieder einen Hopper und klicken mit Shift so, setzen den mit Shift so, dass er jetzt hier in den Comparator reingeht. Das ist, wie gesagt, die erste Seite. Die zweite Seite sieht so ähnlich aus und zwar diese zwei verschiedenen Seiten müssen gebaut werden, damit sich die beiden Systems mit dem Redstone nicht gegenseitig behindern und so wird das ganze System auch overflow protected. Als nächstes bauen wir jetzt eine Art einen Vierer-Würfel, der so aussieht, dass wir jetzt hier, hier und hier jeweils eine Farbe setzen und jetzt nehmen wir nochmal zwei Stone Slaps. So, so, naja, so und so und dann sieht das Ganze in der Grundversion hier aus. Um das Ganze jetzt richtig zu bepowern, nehmen wir hier eine Redstone Torch. Im nächsten Schritt nehmen wir wieder zwei Redstone, führen die hier hoch, deswegen ist auch hier ein Haftslip wichtig, damit die hier schön verbunden sind und dann gehen wir hier rauf, setzen hier, nicht hier hin, setzen hier einen ganz normalen Comparator hin und dann ist das ganze System im Runde genommen fertig. So, jetzt müssen wir natürlich das gleiche machen wie immer, das heißt wir müssen jetzt hier einen Hopper nehmen und der muss in diese Richtung zeigen. Wenn ihr das System jetzt je nachdem nach Belieben erweitern wollt, müsst ihr jetzt hier einfach wieder anfangen sozusagen eine grüne Reihe zu bauen. Das ist halt wie gesagt eigentlich relativ simpel und wenn ihr das habt, müsst ihr die genauso bestücken wie in der ersten Version und könnt dann sozusagen unendlich lange fortfahren. Wie gesagt, so sieht das Ganze jetzt aus und kann unendlich lange beliebig erweitert werden. So, das Wichtigste jetzt ist die dritte Reihe mit Hoppern und zwar die muss jetzt sozusagen so lange hier am System entlang geführt werden, bis sie sozusagen zu einer leeren Chest kommt. Ich mache das jetzt mal beispielhaft hier und diese Chest wird halt benötigt, falls mal euer System voll ist oder ein Item nicht in das System halt reinpasst, wird das sozusagen in diese Chest reingetan. Und dazu nehmen wir jetzt mal beispielhaft diese Chest und führen eine Hopperleitung hier entlang. Diese Hopperleitung muss nun in die Kiste zeigen und führt einfach über, ganz einfach hier über dieses System drüber. Das heißt, die gehen alle in die Kiste rein und ihr könnt das danach Belieben zickzackmäßig bauen, wie ihr das immer wollt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze richtig bestückt. Ihr braucht jetzt ein Item eurer Wahl. Ich würde euch empfehlen, ein Item zu nehmen, was nicht so oft in eurem System vorkommen wird, da das Ganze ja so funktioniert, dass wir hier eine entsprechende Zahl an Items haben, die halt nicht nochmal im System vorkommen darf. Ich persönlich empfehle euch dazu, irgendein seltenes Item anzunehmen, vielleicht gutes, eine Portion Bohnenmiel. Das kommt meistens nicht in das System rein und das darf auch nicht ins System rein kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt gucken wir uns die zweite Reihe hier mit Hoppern an und diese muss jetzt richtig bestückt werden. Ich öffne das mal, machen wir mal hier ein 64er Stack raus und hier füllen wir die ersten vier mit Bohnenmiel auf und dann müssen wir hier dementsprechend noch 18 weitere reintun, sodass wir zusammen auf 18, 19, 20, 21 kommen und das Item, was hier aussortiert werden soll. So, Items, die aussortiert werden können, sind oder müssen immer stackbar sein, das heißt, es kann zum Beispiel jetzt in diesem Fall hier Yellow Stained Clay sein und hier machen wir mal Green Stained Clay. Hier müssen wir natürlich auch 4 plus insgesamt 18 hier reintun, sodass wir auf 22 kommen und jetzt erkläre ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Das System funktioniert so, dass nun durch das System ein Item unserer Wahl fließt, das heißt, wir haben dementsprechend jetzt zum Beispiel hier unser System für zwei verschiedene Produkte ausgelegt, einmal für Yellow und Lime Green, Hand Clay und die tue ich jetzt mal hier einfach rein. Hier könnt ihr auch irgendwann in Zukunft eine Chest draufsetzen, sodass der Hopper die raussorgt oder raussaugt und wie ihr seht, passiert hier was. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass die Items jetzt hier schön entlang fließen und hier in das System reinkommen bzw. hier raussortiert werden. Als erstes fließt, wie gesagt, der Gelbe raus, weil wir den hier reingetan haben und wie ihr seht, funktioniert das Ganze so, dass hier die Items lang fließen und dann greift dieser Hopper nur gezielt den einzelnen Yellow Stained Clay raus, weil er nur Yellow Stained Clay aufnehmen kann, da der Hopper sozusagen hiermit schon einmal vorgefüllt ist und nur noch ein einziges Item hier sozusagen rausgenommen werden kann. Und wenn hier ein Item mehr drin ist, das heißt hier ein zweites, wird die Anzahl von 21 Blöcken, äh von, ja 18, 19, 20, 21, 22, von 22 Blöcken überschritten und wir haben einen 23. Block. Und dieser 23. Block sorgt dafür, dass der Comparator sozusagen ein Signal hier raus entnimmt, dieses leitet er dann hier weiter, bepowert damit diese Redstone oder diesen Redstone und dieses sorgt dafür, dass der Hopper hier unten durch ein Redstone-Signal, was von hier her kommt, sozusagen das Item aus diesem Hopper, was übrig ist, raussaugt und hier in das System tut. Am Anfang verschwindet einmal eins, da das hier sozusagen hier drinnen vorpositioniert wird. Wenn wir jetzt nochmal 63 in das System tun, werden auch wieder 63 in der Kiste sein. Hier sind wie gesagt auch 63. 63. Hier funktioniert das Ganze eigentlich genau so auf dieser Seite und zwar sieht es so aus, dass hier dann halt die grünen Items herfließen, da die ja hier nicht eingesaugt werden können, da hier ja nur die gelben eingesaugt werden können und diese geben dann das Signal dann hier raus an den Comparator oder der Comparator zieht das Signal aus hier raus, gibt das Signal hier dann weiter und leitet das dann hier in die Kiste, sodass die Items auch hier rankommen. Das kann man nun und endlich machen und die Overflow Protection besteht im engeren Sinne daran, dass man nicht genau das gleiche System aneinander tut, denn es kann irgendwann mal passieren, dass wenn ihr zum Beispiel diese ganze Kiste voll habt, dann passiert es irgendwann, dass auch dieser ganze Hopper hier voll mit zum Beispiel Yellow Stained Clay ist und wenn das passiert, dann passiert was ganz Interessantes und zwar füllt sich erstmal diese Kiste auf, dass wir hier sozusagen 64 bzw. 63 drin haben, der sortiert die jetzt natürlich hier erstmal dummerweise in die Chests rein, aber wenn das Ganze voll ist, werden hier 64 drin sein und dann passiert normalerweise das, dass dieser Comparator ein Signal ausgibt, was stärker ist als ein Whetstone, sondern zwei. Und das heißt, er würde sozusagen, wenn man jetzt hier genau das gleiche System nebeneinander macht, würde er auch noch das Whetstone hier sozusagen aktivieren und das würde dann so dafür sorgen, dass hier ein Impuls reinkommt, sodass dieser Hopper sozusagen das Bohnenmiel und alle Sachen hier in diese Kiste spuckt. Das wollen wir natürlich nicht und sonst würde das System sozusagen ineinander crashen, indem Whetstone-Signale ausgesendet werden, die irgendwo nicht hin sollten, die das System halt auseinander nehmen. Gut, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, ihr könnt hiermit sehr, sehr viele interessante Sachen anstellen, das kann man sehr, sehr gut am Monster fallen, an Farms anschließen und wie gesagt, an ein Lager, so wie wir das gerade gezeigt hatten. Ansonsten würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einfach mal eine kleine Bewertung geben würdet, wie ihr das Video und diese Erklärung dazu fandet und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal auf meinem Channel wiedersehen und ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen weiteren Tag. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.